Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, er ist, finde ich, wie der Steve Jobs der Weiterbildungsbranche. Ralf ist nämlich Gründer von Zeit zu Leben und Zeit zu Leben gibt es nicht erst seit gestern, sondern seit 1998 ist damit eines der ältesten und der größten Online-Magazine. Über 700 Artikel zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstcoaching und nicht nur das, Ralf hat auch zwei Bücher veröffentlicht, einmal Entdecke Deine Willenskraft und jetzt gerade in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Wollen wir natürlich drüber sprechen, einige Menschen drehen ja gerade ziemlich durch, aber mich interessiert auch der Mensch Ralf, vielleicht ist er auch irgendwann schon mal durchgedreht, wenn ja, wo und wie lang und wie kam es überhaupt zu all dem, was heute da ist. Ich freue mich, dass es klappt. Hier ist Ralf Senftleben. Hallo. Nimm uns doch mal gleich direkt mit, wo alles begann. Wie war denn deine Kindheit? Wo kommst du her? Meine Kindheit? Oh, okay. Ich bin in Berlin geboren, in West-Berlin, ein paar hundert Meter von der Mauer. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, dass mein Opa mich immer mit zu den Turmen genommen hat, wo wir dann so rübergeguckt haben und uns so ein bisschen gegruselt haben, weil dann auf der anderen Seite Leute waren, die uns mit Fernlesern beobachtet haben. Und ich bin in einem ganz normalen kleinen Mittelschichthaushalt aufgewachsen und habe dann studiert später. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so interessant. Ja, hattest du einen Traum als Kind irgendwie? Also zum Beispiel Baggerfahrer werden, Feuerwehrmann? Nee, nee. Ich bin ja Informatiker von dem, was ich studiert habe. Und ich wusste lange nicht, was ich überhaupt machen wollte. Also ich habe einfach so meine Kindheit so relativ frei und wild verbracht. Und irgendwann hat dann mein Cousin so ein Commodore 64 angeschleppt. Und das war lieber auf den ersten Blick. Und von dem Zeitpunkt an, da war ich vielleicht zwölf, wusste ich, ich will was mit Computern machen. Okay. Und das passt gar nicht mehr zu dem, was ich heute mache. Aber trotzdem, das war halt der Anfang. Wobei es auch nicht so ganz stimmt, dass es nicht passt zu dem, was ich heute mache. Weil in allem, was ich heute tue im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sagen die Leute, da schimmert immer so ein bisschen der Informatiker durch. Weil ich ganz oft sehr strukturell, sehr algorithmisch an Sachen rangehe. Also das ist schon immer noch mein Naturell. Wie kam es eigentlich zu dieser Idee? Also ich habe nur auf der Website gelesen, hey, irgendwann war Schluss. Wir haben uns Geld geliehen und uns selbstständig gemacht. Magst du uns da mal mit reinnehmen? Also ich bin schon immer so ein Lebensoptimierer gewesen. Also ich konnte das schlecht aushalten, wenn irgendwas in meinem Leben nicht so prall ist. Also wenn es mich irgendwie gelangweilt hat oder genervt. Und nach dem Studium habe ich ja ganz normal in einer Softwareindustrie gearbeitet. Und das war auch nicht schlecht. Das war ganz interessant. Aber es war meistens immer so, dass ich viel Zeit damit verbracht habe, auf die Uhr zu schauen, wann es endlich zu Ende ist. Also wann ich endlich nach Hause gehen darf, um die spannenden Dinge zu tun. Was hast du dann zu Hause gemacht? Zu dem Zeitpunkt an habe ich mich schon tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Also so ein bisschen aus einem eigenen Defizit heraus. Weil das ist vielleicht, wenn ich sage, meine Kindheit war frei und wild. Ich habe auch so ein paar schwierige Startbedingungen gehabt. Also mein Vater ist relativ früh gestorben, als ich acht war. Und meine Mutter ist dann so ein bisschen, darf ich jetzt da sagen, sie ist ja nicht mehr da. Also sie ist schon tot. Ist dann quasi so ein bisschen in den Alkoholismus abgeglitten. Und damit musste ich halt umgehen. Und ausgehend davon, glaube ich, habe ich einfach so ein bisschen, habe mir so ein Päckchen mitgenommen ins Erwachsenenleben. Und als ich 25 war, da hat das mehr angefangen zu drücken. Also so, dass ich gemerkt habe, irgendwas hier, irgendwas läuft nicht und irgendwas, du bist oft nicht gut drauf und kommst mit Sachen echt nicht gut klar. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, mit Selbstcoaching, mit Selbsttherapie. Und das fand ich dann eigentlich viel spannender. Und wenn ich dann zu Hause war, habe ich dann angefangen, irgendwie Ziellisten zu schreiben. Also die Einstiegsdroge in die große Welt der Persönlichkeitsentwicklung ist ja für viele so Zeitmanagement. Dann machst du dann so ein Seminar zum Thema Zeitmanagement und dann kommst du vom, wie plane ich meinen Tag ja irgendwann, ja wofür plane ich meinen Tag? Also was will ich denn eigentlich erreichen? Dann kommst du zu Zielen und dann stellst du fest, ja Mensch, eigentlich weißt du gar nicht so richtig, was du willst. Und dann fängst du an nachzubohren und irgendwann findest du das dann heraus. Und ab einem bestimmten Punkt habe ich halt herausgefunden, also ja, ich bin gar nicht so ein schlechter Informatiker, aber so erfüllend ist es nicht. Hast du eigentlich, also sehr direkte Frage, aber hast du irgendwann mit deiner Mama noch drüber sprechen können, was du dann für dich selber gelernt hattest? Also gab es da diesen Moment von, hey, ich glaube, ich habe jetzt ein paar Sachen verstanden für uns beide. Du kannst doch, also wie wäre es, wenn du das jetzt auch anwendest, was ich jetzt im Persönlichkeitsentwicklungsbereich verstanden habe? Das ist eine sehr interessante Frage. Nee, nee, konnte ich nicht, weil das war eigentlich, also meine Eltern kamen schon so ein bisschen aus einer anderen Welt. Und alles, was so, wo es um tiefer gehende Dinge gibt, die wurden relativ virtuos weggeblockt. Also das ist, wenn du dann anfängst, über Dinge zu reden, die dich beschäftigen und die dich bewegen, dann landest du wieder ganz schnell beim Wetter und bei dem, was Tante Erna gestern passiert ist. Also das ist nicht, das ist nicht drin gewesen. Das ist nicht. Ob dich das unglücklich gemacht hat, dieses Ding von, aber ich will doch eigentlich mich austauschen können über das, was ich gerade lerne. Nö, also nicht an der Stelle. Da hatte ich immer genug andere Leute, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Also da war meine Mama auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Das war meine damalige Frau, mit der ich ja auch das Zeit zu Leben gegründet hatte. Die ist jetzt nicht mehr dabei, aber die war halt auch die ersten elf Jahre mit dabei. Und insofern haben wir uns immer sehr intensiv ausgetauscht darüber. Also wir sind diesen Weg dann der Selbstheilung, in Anführungszeiten, auch zusammengegangen. Cool. Wie kam es dann zu der Idee? Also chronologisch sind wir gerade, Ralf, Informatiker, naja, geht noch ein bisschen mehr im Leben, frisch selbstständig gemacht. Genau, genau. Was kam als nächstes? Ich war in meinem ersten Job in Berlin. Also ganz normale Softwarefirma, große Firma, ich kleines Rädchen, war auch alles in Ordnung. Irgendwie hatte ich dann mal Streit mit meinem Projektleiter und habe mich dann dazu entschlossen, ich orientiere mich jetzt andersrum, habe mir einen neuen Job in Hamburg gesucht. Das war auch einfach, weil dort kommt Blase, da war man als Informatiker halt ein Star. Ja, weil man halt überall, man musste also wirklich nur sagen, ich will einen neuen Job und man hatte einen. Also das war schon eine sehr interessante Zeit. Und dann habe ich mich in Hamburg beworben, habe den Job auch bekommen und habe dann aber gemerkt, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Das Themenfeld war noch interessanter, es war irgendwie noch besser bezahlt, aber es war eigentlich wieder das Gleiche. Ich habe viel auf die Uhr geguckt. Und irgendwann, dann ging diese Internetzeit gerade so richtig los im Webseitenbereich. Und dann habe ich irgendwann mal gelesen, dass Netscape ganz viel Geld, das sind die, die den ersten Internetbrowser gemacht haben, dass die ganz viel Geld mit Werbung auf ihrer Seite verdienen. Da dachte ich, das ist ja interessant. Das will ich auch. Das ist doch cool. Du hast eine Webseite und andere Leute bezahlen dich dafür, dass sie die Werbung auf deine Seite machen können. Das fand ich toll, das Konzept. Und dann habe ich mit meiner damaligen Frau gesprochen und habe gesagt, du, wie sieht es aus, du bist auch gerade mit dem Studium fertig. Wollen wir nicht eine Webseite aufbauen und dann von der Werbung leben? Und hat sie gesagt, ja, machen wir. Welches Thema? Na ja, Persönlichkeitsentwicklung, klar. Und das war die Geburtsstunde von Zeit zu leben. Und wir konnten, also das nur mal als nette Anlass, wir konnten nie, nicht einen Augenblick jemals von Werbung leben bei der Webseite. Das ging immer irgendwie anders. Aber der ursprüngliche Plan ist halt nie aufgegangen, obwohl wir am Anfang echt schwer gerudert haben in der Hinsicht. Und ich meine, wenn man jetzt mal zurückrechnet, das sind jetzt mittlerweile 23 Jahre geworden, gell? Genau, ja. Was? Ja, das ist. Was? Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nö, nö. Das ist ein wilder Ritt gewesen irgendwie auch. Also relativ, also so wild kann man eigentlich auch gar nicht sagen. Aber es ist eine lange Zeit gewesen von damals bis heute mit viel Neuerfinden, mit viel Ändern, mit viel Business-Modelle auch überdenken und neu machen und rumexperimentieren. Also das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, dass es sich durchaus lohnt, mit irgendeiner Idee zu starten, weil wenn die nicht funktioniert und wenn man da nicht zu sehr anhaftet an der ursprünglichen Idee, dann nimmt man halt das, was man hat und überlegt sich was Neues. Und irgendwann stößt man dann. Also ich habe so das Gefühl, im Geschäftsleben, obwohl man das in den meisten Büchern nicht so liest über das Geschäftsleben, über Erfolg im Geschäftsleben, da ist doch deutlich mehr rumprobieren und auf die Nase fallen und wieder aufstehen und bis man meistens per Glück eine Goldader getroffen hat. Und dann bleibt man hoffentlich bei dieser Goldader, solange bis sie dann ausgeschöpft ist. Was war bei dir so eine herausfordernde Phase? Weil wir haben ja auch einige junge Zuhörer hier im Podcast, die sich gerade frisch selbstständig gemacht haben, die vielleicht überhaupt gar keinen Plan mehr haben, wie sie weitermachen sollen und, und, und. Was waren so deine Challenging-Phasen im Unternehmertum von Zeit zu leben? Naja, du musst schon viel Unsicherheit aushalten. Gerade am Anfang, bis sich so alles gesettelt hat, das ist manchmal nicht einfach gewesen. Und wir hatten das Glück, dass wir, während wir unser Online-Magazin hochgezogen haben, auch noch als Web-Agentur gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten eigentlich zwei Jobs. Das war wirklich, das war anstrengend. Aber gut, mit 30 macht man das. Also, heute würde ich das, glaube ich, gar nicht mehr schaffen. Aber in dem Alter, da haben wir das gewuppt, da hatten wir unsere 90, 100-Stunden-Wochen und das war in Ordnung. Wir hatten keine Kinder. Das war, also, wir konnten uns wirklich Vollzeit, wir sind frisch in eine neue Stadt gezogen. Das heißt, wir hatten auch keine Freunde und haben uns halt die ganze Zeit aufs Business konzentriert. Und dann haben wir unsere Web-Design-Aufträge abgearbeitet. Die haben uns über die erste Phase vom Umsatz gerettet, weil wir mussten dann halt in den ersten zwei Jahren noch kein Geld mit dem Online-Magazin passieren. Nach zwei Jahren konnten wir davon leben. Insofern haben wir dann die Web-Design-Aufträge sein gelassen. Und die, ja, man muss es, also Herausforderung, du musst wirklich loslassen können, meiner Meinung nach, deine Ideen, wenn sie sich als schlecht erwiesen haben. Also, so wie mit der, wir leben von der Werbung. Es ist, wir waren nie groß genug, dass wir wirklich für andere ein attraktiver Werbeträger waren. Also, jedenfalls nicht im großen Stil. Nicht so, dass so viel Umsatz reingekommen wäre, dass wir davon hätten leben können. Es war immer, es hat uns getragen, ein bisschen über die ersten Jahre, aber nie, dass wir dadurch reich geworden wären. Also, was auch nie das Ziel jetzt war. Aber trotzdem, so ein bisschen Geld ist ja schon nett. Ja. Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, ey, ich mache noch einen Tag und dann schließe ich hier die Bude zu. Ich mag nicht mehr. Regelmäßig, natürlich. Das gehört auch dazu. Immer wieder dieses, wenn jetzt, das ist also so ein geflügeltes Wort ist, wenn jetzt jemand kommen würde und würde mir jetzt hier 5 Millionen Euro auf den, damals auch Marc, oder 5 Millionen Euro auf den Tisch legen, dann würde ich den ganzen Scheiß verkaufen. Habe ich in den letzten 23 Jahren mit Sicherheit, also so an Situationen, so 5 bis 10 Mal gedacht. Okay. Das ist ja noch eine ganz gute Quote. Ja. Aber es ist noch nie jemand gekommen, der mir 5 Millionen Euro geboten hat. Insofern stellte, war das eine relativ theoretische Frage. Vielleicht kommt ja jetzt einer, der den Podcast hört. Wer weiß. Aber gerade bin ich auch gar nicht in der Stimmung. Gibt es etwas, was dich morgens aus dem Bett zieht, wo du sagst, ich weiß, warum ich aufstehe? Ja, wenn du von den Kindern geweckt wirst, dann weißt du das. Ja, du, ich bin, ich habe das, ich habe ja das große Privileg, dass ich eigentlich in meinem Leben von dem Zeitpunkt an, wo wir uns selbstständig gemacht haben, immer das gemacht habe, was ich wollte. Und selbst wenn mir etwas in meinem, in meinem Business, manchmal fängst du ja Sachen an, die findest du toll und dann merkst du nach 2 Jahren irgendwie, jetzt hast du das, jetzt hast du das ausgelebt oder jetzt ist das genug, jetzt interessiert es dich auch nicht mehr so. Und ich konnte das immer dann sagen, okay, dann machst du jetzt halt was Neues, dann verkaufst du das oder schiebst das jemand anders zu oder stampfst das einfach ein und machst was Neues. Und ich habe eigentlich immer ein Projekt, was mich morgens aus dem Bett treibt, wo ich aufwache und sage, ja, Mensch, spannend, da kannst du heute dran arbeiten. Das ist toll. Das ist aber nicht immer das Gleiche. Das geht eigentlich immer aber um Kreativität und um Gestalten und um Nachdenken und um Konzepte machen und sich Dinge ausdenken, die interessant sein könnten oder irgendwas auch nur besser zu verstehen, irgendein Modell besser zu verstehen oder sich irgendwas auszudenken, was für mich selbst und für andere irgendwie interessant und nützlich sein könnte im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Wie schön. Du machst dein eigenes Selbstcoaching quasi immer noch Schritt für Schritt, während alle anderen auch davon profitieren und wieder andersrum und so. Oder? Das war immer mein Weg. Also ich habe in meinem Leben viele, viele, viele Bücher über Businessentwicklung und so gelesen und weil ich halt immer versuche zu verstehen, wie irgendwas funktioniert, auch wie Erfolg funktioniert. Und wenn du jetzt ein Buch über Geschäftsentwicklung liest, dann gibt es ja so zwei grundsätzliche Herangehensweise an so ein Geschäft. Das eine ist, ich suche mir eine Zielgruppe aus, ich gucke, was die wollen und ich liefere denen mit meinen Möglichkeiten das, was sie gerne wollen. Das ist dieser kundenzentrierte Blick. Und die andere Art und Weise ist, ich mache irgendeinen Scheiß, der mich interessiert und hoffe dann, dass es die Kunden auch interessiert. Und das hat bei mir immer geklappt. Das heißt aber, das ist immer mein Weg gewesen. Ich mache irgendwas, was mich interessiert, wo ich ein Problem habe. Viele meiner Kurse, die ich über die Jahre gemacht habe, sind wirklich aus einem persönlichen Problem entstanden. Also wo ich gesagt habe, scheiße, irgendwie hast du gerade die Klarheit verloren. Jetzt musst du mal nochmal in dich gehen, jetzt musst du nochmal eine Seelenreise machen und musst gucken, wo es dich in den nächsten fünf Jahren hintreiben soll. Also was du willst, was du brauchst gerade, was du spannend findest. Und daraus ist zum Beispiel mein Kompasskurs entstanden, wo ich dann ein 20-wöchiges Programm gemacht habe, wo man wirklich ganz feindiedrig durch alle Aspekte des eigenen Lebens geht, um herauszufinden, wer ich bin und dann daraus viele kleine gute Entscheidungen zu treffen, die mich dann in die richtige Richtung ziehen. Und das war immer so. Ich habe irgendwas gemacht, wo ich gesagt habe, eigentlich, das bräuchtest du gerade selber. Dann habe ich es durchdrungen und wenn ich es durchdrungen hatte, habe ich einen Kurs draus gemacht oder ein Buch drüber geschrieben. Aber es war nie so, dass ich geguckt habe, was wollen die Leute eigentlich. Ich habe mich quasi als immer, als Kern meiner eigenen Zielgruppe definiert. Wie geil, wenn man das sagen kann. Ich komme ja aus dem Radio, da wird da ja ganz stark drauf geachtet, okay, wer ist jetzt meine Zielgruppenperson? Wir haben ja teilweise so Gesichter im Studio hingestellt. Die typische Zuhörerfrau, Susanne, 34, Mama von zwei Kindern, alleinerziehend, isst gerne Erdbeereis und fährt morgen an Gardasee. Und hier ist Robert, kurzhaarig, immer mit Hemd, etwas frustriert, über 40, rasiert sich nur alles und so weiter. Und da dachte ich mir immer, boah, sind das überhaupt die Leute, die da wirklich zuhören? Ich habe mir dann immer so meinen eigenen Wunschzuhörer kreiert und habe immer dann geguckt, naja, ich rede viel lieber mit einem Freund, als jetzt irgendwie mit Robert und Susanne vom Gardasee, aber das ist nur so eine Side-Story. Du hast ein super tolles Buch geschrieben und ich habe ein bisschen reinspitzeln können. Und das heißt, die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Und also, wenn gerade eine Zeit als schwierig definiert werden könnte oder zumindest von ganz vielen Menschen, dann ja jetzt. Das heißt, hast du Lust, ein bisschen über nicht durchdrehen zu sprechen? Ja, also erst mal vielleicht zur Entstehungsgeschichte. Das Buch ist nicht, das habe ich nicht für Corona geschrieben, sondern obwohl es ja dann für meinen Geschmack tatsächlich eher zu gut gepasst hat letztlich. Also manchmal habe ich, teilweise habe ich mich so ein bisschen wie so ein Krisengewittler gefühlt, weißt du? Nach dem Motto, jetzt hast du das, jetzt geht es so vielen Leuten so mies und du hast jetzt gerade so ein Buch drüber geschrieben, das sieht so aus, als ob du das ausschöpfen willst. Aber es war nicht so. Deswegen muss ich mal meine eigene Ehre retten hier an der Stelle. Das war, das ist entstanden dadurch, dass in den letzten Jahren ja so viel Absurdes in der Welt passiert. Die ganzen Populisten, die hochkommen, diese ganze Donald Trump Geschichte, die in Amerika passiert ist, wo ich das Gefühl habe, hatte, habe, ja, ich weiß nicht, dass die Welt durchdreht, tatsächlich. also die Welt an sich, die Welt, also auf der globalen Ebene, da wo so viele Dinge passieren, die, so glaube ich, zumindest vor 30, 40 Jahren so nicht gelaufen wären, weil es da mehr Regelungsmechanismen gegeben hätten, wo dann jemand hätte zurücktreten müssen oder wo alle aufgeschrieben hätten und gesagt hätten, das kannst du doch nicht machen. Aber das ist, ich habe so das Gefühl, die Welt dreht gerade durch. und ausgehend von dieser Empfindung habe ich wieder gesagt, okay, da musst du was machen, damit du nicht durchdrehst, damit du nicht an dieser verrückten Welt in irgendeine Weise, also dass du dich da nicht zu sehr dran aufreibst. Und dann habe ich angefangen, mich mit Ideen zu beschäftigen, wie man halt entspannt bleibt, auch wenn die Welt um einen herum sehr wild und sehr unplanbar und sehr seltsam und absurd ist. Und da habe ich mich wieder hingesetzt, habe damals auch noch, war gerade sowieso mit dem Verlag im Gespräch das erste Mal und dann fanden die das Buch gut und, nee, stimmt gar nicht, das war ja mein zweites Buch. Ja, nee, stimmt, es war gar nicht das erste Mal, das war ja das zweite Buch. Und die fanden das Thema gut, dann habe ich es geschrieben und habe sehr viel auch recherchiert und daraus ist das Buch entstanden. Und ich muss sagen, heute kann ich mit der verrückten Welt tatsächlich besser umgehen, also da reibe ich mich nicht mehr so daran auf. Was sind so, ja, was wären so, mal so zum Einstiegen, ein paar Tipps, wie schaffe ich es mit dieser verrückten Welt und diesen ganzen Wahnsinnigen um mich rum ein bisschen entspannter umzugehen? Das wichtigste Grundprinzip eigentlich, was ich mir nicht ausgedacht habe, sondern was aus der stoischen Philosophie kommt, von den alten Stoikern, die vor 2000 Jahren sich in Griechenland und in Rom rumgetrieben haben, im Römischen Reich, ist, dass, wenn du nicht durchdrehen willst, dann musst du dich zwanghaft auf das konzentrieren, was du in der Hand hast. Also du dich wirklich zumindest zu 80 Prozent in deinem Leben mit Dingen beschäftigen, die du kontrollieren kannst oder die du zumindest mit beeinflussen kannst und mit einem großen Maße. Morgens mich hinsetzen, meine To-Do-Liste schreiben, an meinem Zeugs arbeiten, das ist 100 Prozent in meinem Einflussradius. Mich über den Nachbarn aufregen, der seine Hecke nicht geschnitten hat, falls mich Hecken interessieren, ist halt nicht, ist so ein bisschen in meinem Einflussbereich. Ich könnte ja den Nachbarn darauf ansprechen, aber es ist halt nicht mein, es ist nicht mein, ist nicht meine Sache. Das heißt, die Hecke des Nachbarn gehört mir nicht. Was ein verrückter Politiker in Brasilien gerade macht, auch wenn es ätzend ist und auch wenn ich mich darüber aufrege, wenn es meine Werte berührt, negativ, kannst du was machen? Eher nicht. Also guck dahin, wo du Dinge bewegen kannst. Kannst freundlich zu deiner Frau sein, kannst freundlich zu deinen Kindern sein, kannst deinen Kindern ein Pausenbrot machen. Das hast du im Griff. Kannst mit deinen Nachbarn irgendwas organisieren, kannst dich vielleicht in deinen Gemeinderat wählen lassen, um da irgendwas zu bewegen. Kannst ein Business aufbauen, wo du glaubst, du kannst anderen Menschen damit helfen. Das sind alles Dinge, die du in der Hand hast. Klimakrise ist so ein zweischneidiges Schwert. Da kann ich natürlich als kleines Rad auf der Welt meinen Teil dazu beitragen. Aber wohlwissend, dass ich das Thema alleine nicht reißen werde. Sondern ich kann meinen Beitrag leisten. Das finde ich auch wichtig und gut. Aber jetzt jeden Tag aufs Thermometer zu schauen, um zu gucken, ob sich die Temperatur schon wieder ist nicht süß. Also bringt nichts. Da rauche ich mich nur dran auf. Da verbrauche ich meine Energie an der Stelle, wo ich sie anders gut nutzen könnte. Und das ist eigentlich das aller, aller wichtigste Prinzip. Kümmere dich um dein Zeugs, um deinen Mist. Kümmere dich um die Dinge, die du in der Hand hast. Und immer wenn du dich dabei erwischst, wie du dich zu sehr mit Dingen beschäftigst, wo du wirklich leider keine Kontrolle hast, hau dir selbst auf die Finger und lenke deinen Kopf wieder dahin, wo du was bewegen kannst. Das ist eigentlich das wichtigste Prinzip. Wenn jetzt gerade bei ganz vielen Menschen gefühlt alles dem Bach runter geht, also wir wissen ja jetzt immer noch nicht, wie viele Insolvenzen es dann wirklich gibt und wem, wie es, wo geht. Ich frage mich die ganze Zeit schon, wo sind denn eigentlich, also wo sehen wir die Menschen, wo erleben wir die Menschen gerade, die in Schwierigkeiten sind oder die nicht in Schwierigkeiten sind, wie viele sind überhaupt in Schwierigkeiten, darüber mache ich mir gerade immer wieder Gedanken. Wo sitzen die Menschen, die in Cafés normalerweise Kaffeebetreiber waren, wo sitzen die weltweiten, wo sind die? Aber vielleicht hört ja jetzt gerade in dem Moment eine Person zu, die eigentlich sagt, eigentlich hat alles immer ganz gut funktioniert, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich weitermachen kann. Gibt es da auch so einen Ansatz von dir? Ich glaube da, ich glaube, das hat, das hat sehr viel mit, mit Resilienz zu tun. Also, wenn ich jetzt in der Situation bin, dann ein Restaurantbetreiber, ein Cafébetreiber bin oder wenn ich jetzt ein Lichttechniker bin, der im Augenblick echt keinen Job hat, das ist, da kannst du im Augenblick eigentlich nur versuchen, dich selbst zu erfinden. also ein Freund von mir, der ist Hochzeitsfotograf. Und ein guter Hochzeitsfotograf, immer ausgebucht, immer volle Auftragsbücher, teilweise so weit, dass er immer gestöhnt hat, oh, ich habe in diesem, ich habe in diesem Jahr irgendwie fünf freie Wochenenden, wo ich nicht in irgendwelchen Kirchen, also der gesagt hat, ja, ich verdiene damit mein Geld und das ist auch gut so und, aber es ist schon, ich bin manchmal ein bisschen zu gut ausgebucht. Oh. Der hat sein Auftragsbuch verloren. von einer Sekunde auf den anderen stand der ohne Einnahmen da. Ja. Und was, was mein Freund, der ein Stehaufmännchen ist, gemacht hat, ist, nachdem er, also der hatte, der hatte auch zehn Tage Schockstarre, muss ich auch sagen, also der hat zehn Tage echt schwer damit zu kämpfen gehabt, mit seiner Situation, aber gut, dann ist er, dann ist er aufgestanden und hat, es war ja letztes Jahr, die Spargelbauern in der Umgebung angerufen, hat gesagt, wie sieht's aus, kann ich bei euch mithelfen bei der Spargelernte? Ist damit sogar ins Fernsehen gekommen, als Beispiel dafür, dass er quasi seine Situation proaktiv gestaltet hat und jetzt nach einem Jahr, wo er ja immer noch nicht großartig von Fotografieaufträgen leben kann, da hat er sich jetzt einen neuen Job gesucht, tatsächlich. Okay. Das ist auch tatsächlich ein Job, der ihm Spaß macht, also der seinem Naturellen entspricht. Das ist, ich glaube, Flexibilität und Resilienz ist an der Stelle gefragt und und ich sage das auch wohlwissend, dass das, dass ganz viele Leute im Augenblick echt auch am Arsch sind, also und die sich auch da nicht rausziehen können werden und das ist eine Scheißzeit gerade, das ist blöd. Ich bin in der privilegierten Situation, ich betreibe ein Online-Geschäft, bei mir macht das im Augenblick umsatztechnisch nichts, also wir sind auf der guten Seite, auf der glücklichen Seite, also es ist ja nichts, was wir uns, was wir jetzt strategisch geplant haben, sondern wir haben halt einfach Glück im Augenblick und aber André halt nicht und ich habe für die keine richtige Antwort, außer versuche tief durchzuatmen und dich neu zu erfinden und wenn du es hinkriegst, also ist auch nicht jedem gegeben, das ist ja ich hätte gerne eine gute Antwort, aber ich habe leider keine richtige. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn du zumindest schon mal dir drüber bewusst wirst, dass es noch andere Möglichkeiten gibt und dass die größte Katastrophe immer auch der Wendepunkt ist oder sein kann, übersetzt im altgriechischen Katastrophe, dann geht es irgendwo auch immer wieder in eine andere Richtung weiter und das hilft in den Morgenden nicht, wo du im Bett liegst und dich fragst, naja gut, aber ich kann jetzt auch einfach liegen bleiben, weil ich mache nichts, machst du aber fünf Tage und dann ist irgendwann dieser Schmerz so groß, dieses Liegenbleibens, dass man halt irgendwie, ich glaube, auf neue Ideen kommt und neue Sachen macht und nichts gibt uns so viele Chancen uns dann wieder, wie du gesagt hast, neu zu entdecken und manchmal ist es dann auch schmerzhaft, sich neu zu entdecken und trotzdem kann ja das Tollste daraus entstehen. Das ist, ja, das ist absolut richtig und ich glaube, vielen Menschen ist es nicht gegeben, weil die intern nicht so organisiert sind, dass sie den Schmerz in solchen Situationen vernünftig für sich nutzen können, also dass sie wirklich dann den Schmerz und die Schwere der Situation als Antrieb nutzen können, wie was Neues, sondern die versinken dann tatsächlich drin, also eine Freundin von mir, die ist Therapeutin und die sagt, im Augenblick haben, also es gibt es viele, die wirklich verzweifeln in der Situation und die da auch nicht rauskommen. Ist leider auch so, deswegen bin ich ja so ein großer Fan davon, sich rechtzeitig bevor man in irgendwelche Krisengeräte halt so ein mentales Rüstzeug zurechtzulegen, also das, was ich letztlich auch gemacht habe in den letzten 25 Jahren, wo ich ja mich wirklich sehr viel damit beschäftigt habe, wie wie kannst du als jemand, der eher auf der auf der neurozitistischen Seite des Lebens, ich erkläre gleich, was das ist, wie kannst du mit dem Leben zurechtkommen letztlich, ohne in dieser und auch was aus deinem Leben machen, also nicht nur irgendwie damit klarkommen, sondern auch wirklich dein Leben so gestalten, dass das, was dabei herauskommt, was du machst, also wo du sagst, Mensch, mein Leben ist cool und mit neurozitistisch meine ich, es gibt ja, es gibt ja ein Persönlichkeitsmodell, the big five, da gibt es eben, da werden Menschen einsortiert in introvertiert, extrovertiert und offen für neue Erfahrungen oder nicht so offen für neue Erfahrungen und ein Wert ist oder ein Kriterium ist da neurozitistisch und das bedeutet, wenn ich hoch auf der neurozitismus-Skala bin, dann komme ich einfach nicht gut mit Schmerz zurecht. Es gibt Menschen, neben denen kann eine Bombe einschlagen und die bleiben ganz entspannt und es gibt Menschen, die haut das komplett weg und die sind dann traumatisiert und die, also neurozitistische Menschen sind anfälliger für jede Form von psychischen Krankheiten, also die kommen einfach mit dem Druck und mit dem Stress des Lebens nicht gut zurecht und blöderweise gehöre ich zu denen, also ich bin sehr hoch auf dieser und das ist auch der Grund, warum ich mich immer damit beschäftigt habe, wie ich damit klarkomme und das müssten im Prinzip viel mehr Leute machen. Dann würden sie auch, wenn dann die Krise wirklich kommt, halt besser damit umgehen können, aber solange alles gut läuft, beschäftigt sich ja keiner mit Themen wie, wie kann ich meine Gefühle regulieren oder wie kann ich meine Achtsamkeit stärken, kann ich meine Resilienz erhöhen, das sind ja eher Themen, mit denen beschäftige ich mich eigentlich erst, wenn ich schon mal in so eine Schieflage geraten bin. Und dann ist es meistens schon so ein Minibisschen zu spät, ne? Genau. Ja. Ich fand es so sympathisch bei dir, dass du auch so ganz offen über Glück schreibst, weil es gibt ja ganz viele, die sagen, hey und so wirst du jetzt endlich glücklich und jetzt mach nur noch das und dann hast du endlich und dann hast du die Glücksformel des Lebens verstanden. Ich finde, erstes Mal nimmt man dir sofort ab, dass du sie verstanden hast. Also ich war dann ganz neugierig, aber wird die Frage einfach direkt mal an dich weitergeben. Gibt es denn so was wie eine Art Glücksformel? Ich glaube, es gibt ja, also erst mal, es gibt unterschiedliche Arten von Glück. Es gibt das kurze Glück, wenn ich ein Tiramisu vor mir sehe oder wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehe und der Film ist cool und wir sitzen danach noch bei einem schönen Glas Wein und das ist so dieses kurze Glück und es gibt ja aber auch das tiefer gehende Glück, was eher wie so eine Grundstimmung durch dein ganzes Leben wabert oder eben auch nicht. Und ich glaube, gerade an diesem kurzen Glück, da kann man schon einiges machen, indem man einfach guckt, was gibt mir denn, was gibt mir dann so nette Momente? Wann bin ich mit mir im Einklang? Wann habe ich dieses Seufzen? Wo ich sage, ach, ist das gerade schön. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich in der Natur bin, wenn ich mit einem Freund eine Bergwanderung mache, dann stehe ich da oben und denke, wow, schön. Oder auch, wenn ich mit meiner Frau irgendwie bei einem schönen Glas Wein sitze und dann, das ist einfach, das sind so diese kleinen Glücksmomente. Und um dieses tragende Glück zu erreichen, das hat, glaube ich, auch oft was mit Zufriedenheit im Leben zu tun. Das heißt, Zufriedenheit insofern, dass ich viel von dem habe, was ich brauche, um in Balance zu sein. Also, ein Job, der mich erfüllt, vielleicht ein paar Hobbys, die cool sind, die mich beschäftigen, wo ich mich ausdrücken kann mit, gute Beziehungen, gutes Netz an Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin. Das sind halt so diese klassischen Glücksfaktoren aus der positiven Psychologie, so rund um das, was der Martin Seligman in seinen Forschungen so als Glücksfaktoren identifiziert hat. Also, im Grunde genommen, kann man da schon sich so eine Checkliste erstellen und kann alles mal so durchgehen und kann sagen, okay, wie sieht es denn hier aus? Job? Ja, da muss ich wohl noch mal was machen. Und Beziehungen? Ups. Ja, irgendwie so besten Freund hast du irgendwie nicht. Das ist auch blöd. Also, dass man zumindest dann mal so gucken kann, wo sind denn die Defizite, wenn einem das fehlt, dieses tiefer, dieses tragende Glück? Es gab da mal einen, oder die gibt es glaube ich immer noch, Gretchen Rubin, die hat einen Blog gestartet, das ist vielleicht zehn Jahre her, und hat gesagt, ich nehme jetzt diese ganzen Glücksfaktoren aus der positiven Psychologie und mache es jetzt zu einem Projekt, in allen dieser Faktoren zu glänzen. Ich hatte dann auch ein Buch darüber geschrieben, das war ganz, ganz charmant zu beobachten, auch in dem Blog, wo sie ihre Bemühungen dann so beschrieben hat. Also, es war richtig so ein Selbstexperiment, hat sie gesagt, okay, und heute schaffe ich mir ein erfüllendes Hobby, ich gründe einen Buchclub und hat dann da sozusagen einen Glücksfaktor nach dem anderen abgearbeitet und das fand ich... War sie glücklich dann? Ich kenne sie nicht, also sie wirkte glücklich, aber wissen tue ich es nicht, ich habe sie nie persönlich getroffen. Okay. Und, aber ich fand den Ansatz sehr, das ist wieder der Informatiker in mir, ich finde halt so einen systematischen Ansatz toll, da gibt es Glücksfaktoren, check. Ich nehme die alle vor und mache an jedem Punkt was, kann ich kleine Häkchen dran machen und dann mit ein bisschen Glück bin ich am Ende besser da als vorher. Das ist schon, das fand ich toll. Und vor allem vielleicht noch auch sich selbst die Erlaubnis geben können. Das ist die große, die große Meta, die große Meta-Aufgabe, nicht zu sagen, okay, ich habe es verdient, ich darf das, ich bin, ich habe, ich habe Gutes im Leben verdient und das ist, das ist ein Thema, das glaube ich, beinahe schon tief psychologisch ist. Also das ist, ich weiß nicht, ob man das, ob man das etwas ist, was, was man mal eben so anknipsen kann, sondern das, ich glaube, da muss man länger dran arbeiten, dass man, falls bald man es von Hause aus nicht hat. Ich hatte tatsächlich selbst nie das Problem zu sagen, also ich, für mich war das eine Selbstverständlichkeit, dass ich das Gute im Leben verdient habe und dass man es sich halt nehmen muss. Also ich glaube das nicht, dass es jeder, dass jeder, also ich glaube, dass jeder das Recht darauf hat, aber man muss es halt auch, man muss aus der Hüfte kommen, also man muss selbst was nicht tun, zu sagen, mir geht es schlecht und ich will aber auch nichts dafür tun, dass es halt dyspunktional ist. Ja, ja, aber spannend, dass du das gesagt hast. Also vor allem, weil es gibt ja so viele Menschen, da ist genau das dann der entscheidende Lichtschalter. Also allein die erzählen dir alles und du beantwortest denen, naja, aber du darfst dir doch erlauben, auch glücklich zu sein. Und dann ist das so ein Puff. Ah, ach so, okay, das wusste ich gar nicht oder habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Ja. Ich glaube, es hat viel mit Prägung zu tun. Wenn dir natürlich deine Eltern immer so signalisieren, dass du ja irgendwie nicht so wichtig bist und dass du nichts zählst und dass du auch, dass du ein böses Kind bist oder so. Also ich glaube, da kommt sowas oft her. Deswegen sage ich, das ist ein tiefenpsychologisches Thema. Das ist jetzt nicht, was man natürlich mit ein paar Affirmationen regeln kann, glaube ich. Ja. Wie kann man denn mit dir im Kontakt bleiben? Also du hast ja so viele verschiedene tolle Kurse. Ich habe mich für einen Newsletter, glaube ich, auch angemeldet. Zumindest hatte ich heute Nacht, so kurz vorm ins Bett gehen, noch eine E-Mail von Ralf. Das hat mich sehr gefreut. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, magst du uns da noch so einen kleinen Überblick geben, was man alles bei Zeit zu leben R-leben kann? Ich glaube, die wichtigste Anlaufstelle ist tatsächlich unsere Webseite www.zeitzuleben.de. Wir experimentieren auch ein bisschen mit sozialen Medien rum, wobei wir da nie so richtig den, also wir haben den Instagram-Account und wir haben auch den Facebook, aber die werden nicht so richtig mit Liebe geslegt, sage ich mal. Das ist und twittern tun wir auch nicht. Also ich glaube, die Webseite ist das Beste, was wir zu bieten haben an Anlaufstellen. Und da gibt es natürlich meine Bücher. Ach so, stimmt, klar. Verlinken wir auch in den Shownotes übrigens. Oh ja, das ist schön. Aktueller Kurs, Lieblingskurs von Ralf? Mein aktueller, also wir haben gerade eine Challenge am Laufen. Wir machen bei uns immer so Challenges, wo wir die Menschen 30 Tage an die Hand nehmen und jeden Tag oder fünfmal die Woche, je nachdem, wie die Challenge aufgebaut ist, eine kleine Aufgabe stellen. Weil viele Themen lassen sich besser organisieren, wenn sie relativ auf einen absehbaren Zeitraum komprimiert sind und wenn man sie in kleine Einheiten zerhackt. Und da haben wir gerade eine Challenge, die heißt Ich für uns, wo es darum geht, meine Partnerschaft zu nehmen und zu sagen, so, ich übernehme jetzt hier mal die Verantwortung, damit es wieder läuft. Also damit unsere Partnerschaft wieder lebendiger wird und netter. Ach toll, cool. Und das ist gerade unser neuestes Kind. Das läuft gerade jetzt zu der Zeit. Toll. Allerletzte Frage. Wie, muss ich mir jetzt gut überlegen, wie, wie finde ich meine Berufung, meine Bestimmung, wofür ich hier bin? Wie finde ich diesen Kompass, der mich durchs Leben leitet oder zumindest mich meinen Weg gehen lässt? Das ist eine unglaublich komplexe Frage. Sorry. Also erstmal ist es die Frage, glaubst du an sowas wie eine Berufung, dass du für etwas da bist, was nur du machen kannst, wozu du auf der Welt gemacht bist und muss das auch eine Berufung sein, dass der zentrale Punkt, an dem so viele scheitern, muss das etwas sein, was mein Leben lang gilt? Oder darf ich mich auch mal umentscheiden? Weil viele Leute, die wollen gar keine Berufung, weil sie Angst haben, dass sie dann damit feststecken. und ich glaube, meine Berufung oder mein Thema, das, was ich, wozu ich gemacht bin oder was, ich finde das Wort Berufung immer so hoch aufgehängt, weil ich weiß, dass viele damit auch, die fühlen sich davon erschlagen. Ich glaube, es ist wichtig, sich ein, sich im Leben den Dingen zuzuwenden, zu denen man gemacht wurde quasi. Also ich glaube, jeder von uns hat ja so ein Set an Stärken, an Interessen und an Fähigkeiten. Du bist offensichtlich dazu gemacht, würde ich mal so einschätzen, mit Menschen zu interagieren und quasi unter Menschen zu sein. Ich als introvertierter Mensch nicht. Und übrigens auch, also eigentlich, aber ja, kommen wir gleich dazu. Und ich glaube, es ist wichtig, halt zu wissen, wer man ist und dass das eigene Leben dann so eine natürliche Erweiterung ist von dem, wie man ist, dass man sich nicht so sehr verbiegen muss. Zum Beispiel, ich betreibe mein Geschäft aus gutem Grund nur online, weil ich sehr viel Raum zum Denken brauche, sehr viel Zeit für mich, sehr viel, sehr viel so ruhiges Fahrwasser, sage ich mal. Also, ich sage immer zu meinen Freunden, ich mag mein Leben am liebsten, wenn es ist wie ein ruhiger, langer Fluss. Und das ist so. Ich brauche viel Zeit, ich sitze auf der Terrasse, ich gehe im Wald und denke nach und so entstehen dann die Dinge, die ich später in die Welt geben kann. Das könnte ich nicht, wenn ständig Menschen um mich rumruseln würden. Und das sollen so Dinge, sowas ist halt wichtig herauszufinden über sich selber. Und das ist ein Prozess, das ist nichts, was du mal an einem Wochenende, glaube ich, machen kannst. Da kannst du so die Grundlagen, so die grobe Richtung. Ich glaube, es ist die eigene Bestimmung oder Berufung zu finden, das ist dir Gedanken machen, was über dich selbst herausfinden, die Erkenntnisse in der Welt ausprobieren, gucken, was passiert, gucken, ob es stimmt oder nicht. Wenn du sagst, es stimmt, entwickelst du dich weiter in der Richtung. Wenn du sagst, ah, da habe ich zu kurz gedacht oder das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass Schauspielern so anstrengend ist. Mist, ich wusste nicht, dass man da ständig zu Castings muss. Ach, blöd. Und dann sagst du, okay, aber ich wollte ja irgendwie was, ich wollte ja schon sowas Showartiges machen. Könnte YouTube-Star was für mich sein. Und dann robbt, also ich glaube, an eine Berufung robbt man sich ran. Oder man trifft per Zufall auf sie und bleibt dann da. Das gibt es auch. Die Leute, die sagen, Mensch, ich war mit 40, war ich das erste Mal in einer Tischler-Werkstatt und das hat alles so zu mir gesungen und ich möchte mein Leben lang nichts anderes mehr machen. Gibt es auch. Aber es ist eher nicht der Normal. Aber klingt ja dann auch ganz romantisch irgendwie. Ich war 20 Jahre lang Bibliothekar und plötzlich habe ich zum ersten Mal einen Nagel in ein Holzbrett gehauen und dann war ganz klar, ich werde Tischler. Hui. Genau. So was gibt es. Aber es ist nicht, also ich glaube, da sollte man sich nicht drauf verlassen. Sondern wenn man diesen Prozess der Ich-Werdung oder der Selbstfindung steuern will, dann ist es gut, sich viel Gedanken zu machen, sich selbst sehr zu beobachten, vielleicht auch mit anderen zu sprechen, die einen kennen. Weil manche Dinge sieht man halt auch selbst nicht. Und dann auszuprobieren, den Mut zu haben, auch mal ein Feld zu verlassen und zu sagen, ja, Versicherungsvertreter ist schon ein krisensichter Job. Aber eigentlich mag ich keine Formularen. Und deswegen mache ich jetzt lieber was anderes. Ja. Ich habe das, ich habe in den letzten Wochen, Monaten, ich habe auch meinen ersten eigenen Online-Kurs gebastelt. Und habe lernen dürfen, was das alles für ein Try-and-Error-Prozess ist. Und bin da einmal recht anspruchsvoll zu mir selber, weil ich will dann irgendwie, wenn, dann soll alles immer gleich perfekt. Und ich komme ja irgendwie aus einer Welt, da drückst du auf den Knopf und dann leuchtet überall das rote Licht. Und dann ist das einfach schon da, live in der Sekunde und dann aber etwas entwickeln zu können und zu merken, okay, man gibt was raus, mal testen, wie es funktioniert. Ah, Mist, das hat jetzt nicht funktioniert. Okay, wieder zurück. Naja, aber die Variante könnte ja noch funktionieren. Okay, vielleicht ist es da eine Strategie. Und das im Prinzip, und das war so das, was ich dabei gelernt habe, passiert nichts, was irgendwie lebensbedrohlich wäre. Also auch wenn es mal überhaupt voll in die Hose geht, dann passiert nichts. Nichts. Nicht viel zumindest, ja. Ich glaube, scheitern können, also auch entspannt scheitern können, ist schon eine Erfolgsfähigkeit. Also wenn du sagen kannst, ja, ist blöd, es hat nicht funktioniert, okay, mache ich halt was anderes oder ich mache es besser oder ich lege nochmal nach. Oder es gibt ja auch diese Tipps für angehende Künstler, für Autoren. Der erste Schritt ist halt erstmal einen schlechten Roman zu schreiben. Das ist eigentlich deine erste Aufgabe. Und wenn du dann einen schlechten Roman geschrieben hast, dann gehst du einmal rüber und machst ihn halt besser. Und dann machst du ihn nochmal besser und solange bis er annehmbar ist. Und dann veröffentlicht du ihn vielleicht schon. Und dann der zweite Roman wird halt vielleicht dann, da hast du dann schon was gelernt, dann wird er vielleicht noch besser. Ja. Wie, boah, wir könnten eine Stunde lang weiterreden. Ich habe noch lauter Fragen eigentlich. Aber der Podcast ist ja ein bisschen zeitlich gesteckt. Noch eine Frage, wie stehst du zu Perfektionismus? Wenn du jetzt sagst, du schreibst ein Buch und das ist aber irgendwie jetzt erstmal Quatsch. Und es ist ja irgendwie auch von Vorteil, wenn du siehst, dass es Quatsch ist und du merkst, okay, das geht ja noch viel, viel besser. Zur anderen Seite, wo ist so die Mitte zwischen, oh Gott, ich bin der blödste Mensch der Welt, ich habe gerade ein schlechtes Buch geschrieben, es muss alles perfekt sein. Also, hast du da auch irgendwie einen liebevollen Umgang damit gefunden? Und wie gehst du mit deinen Produkten, Kursen, Büchern und dir selber um? Meine Frau nennt mich immer so liebevoll gehen 80% Menschen. Das heißt, ich bin mit 80% immer ziemlich zufrieden. Und gut, es gibt, also ich bin, damit will ich sagen, ich bin über, ich habe, ich trage keinen Perfektionismus in mir. Ich musste den nie bekämpfen. Deswegen habe ich da keinen Tipp für jemanden, der das hat, weil ich hatte das nie. Ich bin immer, ich denke, ich glaube an den zweiten Wurf und an den zweiten Versuch, wenn es sein muss. Und ich bin ja auch kein Herzchirurg. Also, wenn ich, von meinem Herzchirurg finde ich die, also wenn ich, wenn ich am Herzen operiert werden sollte, dann fände ich diese eigentlich schon blöd, muss ich sagen. Also, ich möchte nicht, dass mein Herzchirurg ein 80% Mensch ist. Der soll bitte ein 100% Mensch sein. Aber, und der Pilot, der das Flugzeug fliegt, in dem ich sitze, bitte auch. Also, es gibt so ein paar Bereiche im Leben, da glaube ich, sind 100% schon gut. Aber in den Bereichen bewege ich mich nicht. Also, ich komme gut mit und ich habe noch nie einen Unterschied gemacht. Ich glaube, dass, also ich bin ein großer Verfechter der 80-20-Regel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, dass quasi 20% von allem, was man tut, 80% des Erfolges ausmachen. Und umgekehrt dann auch die letzten 20%, die man in etwas investiert, 80% des Aufwands ausmachen. Das heißt, auf den letzten Metern verbraucht man immer extrem viel Zeit und das Leben ist kurz. Ich glaube, lieber mehr. Also, ich glaube da eher an Quantität als an Perfektion. Dann lieber zwei Bücher schreiben, zwei halbwegs in Ordnung, also zwei Bücher, die halbwegs in Ordnung sind, als ein tolles, an dem ich sehr lange gebastelt habe, was dann vielleicht auch nur in Ordnung ist. Ja, und ein One-Hit-Wonder wird und danach, ich weiß noch nicht mal, wie es weitergeht. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Hat total Spaß gemacht. Wir schicken die Alle-Zeit-zu-Leben-Links in die Shownotes in diesem Podcast- Interview, beziehungsweise hier in Spotify, iTunes. Übrigens, falls dir, lieber Zuhörer, das gefallen hat, dann bewerte uns doch gerne mit fünf Sternen, dann wird es hochgerankt und dann können wir immer mehr Menschen inspirieren. Ansonsten danke dir, lieber Ralf und ja, bis hoffentlich bald. Ja, prima. Es hat Spaß gemacht. Übrigens auch, ich bin auch eigentlich eher introvertiert. Also, das kam, kam dann so Schritt für Schritt dazu. Also, auch dieser, dieser Spaß. Aber ich habe ganz große introvertierte Teile in mir drin. Das ist, das ist erstaunlich. Also, weil ich hätte nicht gedacht, dass man das als Moderator kann, also dass man das aushalten kann. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Okay. Bis bald. Prima. Denn, danke, ne? Tschüss. Tschüss. Tschüss.